Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Freitag hier bei den Spieltagstipps. Ihr kennt das Ganze ja, freitags kommen immer unsere Bundesliga-Tipps bzw. meine Bundesliga-Tipps hier auf diesem Kanal. Und ja, wir werfen gleich den Tabellenrechner an, wir tippen den kompletten Spieltag durch, wir gucken aber natürlich auch bei Kicktipp, wie stehen wir denn aktuell so da, auf welchem Platz sind wir, ist die Top 3 vielleicht noch zu erreichen in den letzten 9 Partien. Und ja, über all das sprechen wir, vor allen Dingen aber auch im Tabellenrechner. Es ist ja auch so, dass wir mal wieder einen spannenden Meisterschaftskampf haben. Oder er könnte zumindest spannend sein, je nachdem, wie dieses Spiel halt ausgeht, dieses Spiel hier. Aber ja, schauen wir da einfach gleich mal drauf. Ich wollte euch natürlich nochmal sagen, dass wir auch, ja, sag ich mal, über den Spieltag was länger gesprochen haben. Und zwar, ich glaube, eine halbe Stunde mit Felix und Felicio, also Stuttgart-Vertreter, Hertha-Vertreter und ich. Und haben da zusammengewirbete Tipps auch rausgehauen gehabt. Es ist unten mal verlinkt, findet auf dem allgemeinen Bundesliga-Kanal ist diese Folge zu finden. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr hier direkt zu Beginn ist, hier das Däumchen da oben kurz mal drückt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo da lässt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Schreibt auch gerne mal eure Tipps unten rein. Und was ist denn für euch die spannendste Partie am Wochenende oder die interessanteste Partie am Wochenende? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wir gehen als erstes zu Kick-Tipp und schauen, wo sind wir denn gerade? Und ihr seht schon, da Geld markiert. Oh, der Nico, gar nicht mal so verkehrt. 292 Punkte, Leon auf Platz 1 mit 310. Also das sind 18 Punkte Unterschied. Das ist gar nicht mal so viel. Es ist natürlich ein Stückchen, aber es ist gar nicht mal so viel. Und zu Platz 4, zu Rene SVW, sind es nur 10 Punkte. Jetzt gucken wir auch nochmal, wo der Werder-Marker ist. Oh, der ist Platz 27, 274 Punkte. Da seht ihr aber auch, wie eng das hier alles ist. Man muss aber dazu sagen, ich habe den letzten Spieltag ein bisschen verkackt gehabt. Ich hätte da den einen oder anderen Punkt oder Tipp mehr holen können. Ich habe auch noch so dumm, am letzten Spieltag, ich hatte eigentlich 1-1 bei Freiburg, habe das dann noch geändert gehabt eine Stunde vorher, weil ich auf einmal ein Gefühl hatte, dass es doch 2-1 ausgeht. Ja, und dann ging es am Ende 1-1. Also ich dachte mir, oh Gott, also diesen Spieltag lasse ich einfach meine Tipps. Ich habe aber schon getippt gehabt. Also ich habe bei Kicktipp schon alles eingegeben. Deswegen ist es jetzt nach Bauchgefühl, wie ich das Ganze sehe. Aber wie gesagt, meine Tipps sind in der App bei Kicktipp schon abgegeben. Das heißt, sie können ein Tick anders sein. Wir fangen aber an mit Frankfurt gegen Bochum. Bochum auswärts, glaube ich, ja, da ist es schwieriger. Auch wenn es zuletzt noch vor zwei Wochen ja ganz gut funktioniert hat. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube eher, dass Bochum zu Hause noch die Punkte holen wird. In Frankfurt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bochumer was holen werden. Ich glaube, dass die Frankfurter das Ding ziehen werden. Und deswegen tippe ich hier auf ein umkämpftes 2-1 für Eintracht Frankfurt. Ich glaube, damit könnten die Frankfurter auch gut leben. Drei Punkte und Bochum würde so nicht untergehen. Wäre auch okay für den Auftritt. Leipzig gegen Mainz. Das ist natürlich eine sehr interessante Partie, weil die Mainz ja doch dann das ein oder andere stärkere Spiel jetzt in der Rückrunde hatten, als wie gedacht. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie bis zum Ende da das so durchziehen. Die werden rechnerisch nicht mehr abstellen. Also mit 37 Punkten steigst du diese Saison auf gar keinen Fall ab. Das heißt, die können sich wirklich darauf konzentrieren, im Mittelfeld diesen Platz zu halten. 9-8, super für die TV-Gelder. Ich persönlich würde hoffen, dass Werder sich da nochmal tauscht mit den Mainzern vielleicht. Dennoch ist das Ganze da sehr, sehr spannend. Ich persönlich muss aber auch sagen, auch wenn Mainz zuletzt eben stärker war, glaube ich persönlich, dass Leipzig das Ding ziehen wird zu Hause gegen Mainz mit 3-1. Also da muss ich halt einfach auch in die Richtung gehen. Bei Leipzig bin ich übrigens allgemein gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, aber die wollen ja so einen kleinen Ausverkauf auch machen. Da sollen ja auch ein paar Spieler gehen und dann eben sehr viel Jüngere kommen. Bin ich auch sehr gespannt im Sommer, wie sich das entwickelt. Also nicht aus Leipzig-Sicht, Leipzig ist mir scheißegal, aber wohin die Spieler gehen. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass da unter anderem in die Bundesliga die Spieler verteilt werden. Naja, gehen wir jetzt mal zu Union Berlin. Tabellen 4. gegen Tabellen 18. Stuttgart sehr undankbar. Man muss ja auch sagen, unten so krass eng. Überlegt mal, wenn jetzt Stuttgart gewinnen würde, würden die auf Platz 15 erstmal springen. Natürlich noch abhängig davon, was die Konkurrenz macht. Aber da siehst du halt, wie viel Spannung eigentlich im Abschließkampf drin ist. Ich muss dazu sagen, Stuttgart kommt die Woche danach. Nach das Spiel, wo es für die um die direkte Konkurrenz geht. Ich glaube, gegen Bochum ist es dann. Ihr könnt ja mal ganz kurz einmal rüberschauen. Ja, gegen Bochum ist es dann. Da ist für mich das Spiel, wo Stuttgart die Punkte holen muss. Gegen Union Berlin. Da werden sie, glaube ich, in Berlin keine große Chance haben. Und Union ist auch so eine Mannschaft, die macht so ein Ding. Die können auch dieses Kämpferische mitgehen. Selbst wenn Stuttgart alles reinwirft. Spielerisch sind sie auf jeden Fall. Schwächschätzt Union, aber selbst wenn sie kämpferisch alles reinwerfen. Da geht halt Union auch in diesen Kämpfermodus. Und die werden das Ding dann da machen. Lustigerweise habe ich hier auch wieder 2 zu 1 Union getippt. Und ja, genau. Freiburg gegen Hertha. Das ist natürlich auch eine spannende Nummer. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Hertha in Freiburg irgendwas mitnimmt. Muss ich einfach auch so sagen. Freiburg für mich. Die Saison, wie gesagt, spielen auch eine fantastische Saison. Vor allen Dingen für deren Verhältnisse. Und ich glaube nicht, dass Hertha auswärts in Freiburg was holt. Man muss auch sagen, Hertha auswärts ist auch wieder anders als zu Hause. Und naja, auch da wird es eher um dann nächste Woche gehen. Beziehungsweise ich glaube, nächste Woche ist dann Leipzig. Wird auch wieder schwer. Aber ja, ich glaube, dass die Freiburger das mit 2 zu 0 gewinnen werden. Kommen wir zur interessantesten Partie-Kapper. Wolfsburg gegen Augsburg. Also das ist so eine Partie, ich weiß nicht. Also gerne mal, wenn jetzt hier gerade Wolfsburg oder Augsburg-Fan sind, gerne mal reinschreiben. Für mich die langweiligste Partie am Wochenende. Und wahrscheinlich auch die Partie mit den meisten Unterbrechungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine geile Partie wird. Augsburg darf mal ab. Auch auswärts sehr, sehr schwach. Wolfsburg zu Hause jetzt auch nicht. Ich glaube auch nicht das absolut gelbeste vom Eil. Ich weiß jetzt gar nicht die genaue Statistik. Ich weiß aber, dass Augsburg auswärts nicht gut unterwegs ist. Ja, ist für mich eine absolut langweilige Partie. Ich glaube, dass die Wolfsburger das 3 zu 1 gewinnen werden. Schalke gegen Leverkusen. Ganz schwierige Partie. Schalke mit dieser ungeschlagenen Serie geht da rein in die Partie. Auf der anderen Seite Leverkusen, die Bayern-Sieger, Bayern-Bezwinger. Irgendwie so kann man es, glaube ich, nennen. Es ist schwierig zu tippen. Leverkusen kannst du die Saison sowieso nicht tippen. Und Schalke rettet irgendwie immer noch einen Punkt. Deswegen glaube ich, dass auch wenn Leverkusen die spiellich stärkere Mannschaft ist und eigentlich im Normalfall Schalke da gewinnen muss, im Normalfall, sagen wir, ist es so, dass für mich persönlich glaube ich, dass das Spiel 2 zu 2 ausgeht und man sich da so trennen wird, ist so ein Bauchgefühl-Ding. Also ich glaube, dass Schalke da wenigstens einen Punkt irgendwie mitnehmen wird. Keine Ahnung. Ja, finde ich ganz schön. Und die ungeschlagenen Serie damit auch weitergehen würde, muss man dazu ja auch sagen. Bayern gegen Borussia Dortmund. Der Klassiker, das wird natürlich die interessanteste Partie wahrscheinlich am Wochenende sein. Endlich mal wieder spannender Meisterschaftskampf. Ich muss dazu sagen, ich wünsche mir, dass Dortmund nicht verliert. Das ist die Hauptsache. Dortmund nicht verliert, damit eben, also A, bei Bayern auch nochmal so ein Denkzettel ist mit Nagelsmann, aber das war schon, das war schon scheiße, wie die das da alles gemacht haben und auch das Nagelsmann das Ganze erst über die Presse erfahren hat und so. Also das war nichts mit diesem Mia Samia-Like und von daher würde ich es mir einfach wünschen und natürlich auch in Bezug auf endlich mal Spannung im Meisterschaftskampf, dass Dortmund einen Punkt holt und deswegen tippe ich hier auch ein 2 zu 2. Ich weiß, ich glaube, 10 Jahre ist es her, wo Dortmund das letzte Mal gegen Bayern gewonnen hat in München. Aber ja, 2 zu 2, da gehe ich mit rein. Das wäre schon spitzenmäßig und dann würde Dortmund auch auf Platz 1 bleiben. Gehen wir rüber zu Köln gegen Gladbach. Derby, das ist natürlich so eine Sache. Auf der einen Seite hast du mit Baumgart den perfektesten Trainer, glaube ich, für ein Derby. Der kann die Mannschaft einschwerden, der kann das Kämpferisch herausbringen. Auf der anderen Seite hast du halt bei Köln in der Rückrunde gesehen, dass da nicht viel zusammenläuft, gar nicht viel zusammenläuft. Und da eben einfach Gladbach die besseren Chancen hat, auch wenn Gladbach nur 4 Punkte über Köln ist, in der gesamten Saison gesehen, spielen sie also auch nicht eine viel bessere Saison. Aber die haben einfach spielerisch die bessere Qualität. Und ich glaube, dass sie das an dem Tag auch auf den Rasen bringen und dann in Köln das ganze Ding gewinnen werden. Ja, das glaube ich persönlich. Ich glaube aber, dass da auch viele Tore fallen. So ein 3-2 habe ich im Kopf. Gladbach gegen Köln. Und dann kommen wir zu meinen Bremern. Bremen gegen Hoffenheim. Ganz, ganz schwierige Partie zu tippen, weil Hoffenheim halt jetzt im letzten Spiel gegen Hertha gewonnen hat. Dann ist die Frage, geht jetzt so ein absolut Positiv-Trend bei denen los? Kommen die oben wieder ran? Also was heißt oben wieder ran? Schaffen die es, Siege aufzubauen und so eine Serie zu starten unten komplett rauszukommen? Oder schafft es Werder eben, Hoffenheim wieder unten reinzudrücken? Denn Hoffenheim ist natürlich mit dem Einsieg nicht unten raus. Und das ist das, worauf ich baue, worauf ich hoffe. Ich hoffe auch auf so alte Partien gegen Hoffenheim, wo viele Tore fallen. Ihr kennt das selber, damals noch 5-4 und sowas. Ja, von daher, ich habe tatsächlich im Kopf so ein 4-3 oder 3-2 für Werder. Das wäre auch so mein Wunsch-Tipp. Ich glaube aber auch wirklich, dass wir das machen werden. Wenn man auch die Partie Hoffenheim-Hertha gesehen hat, muss ich auch sagen, auch die 2 Elfmeter, wenn Hertha in der ersten Halbzeit auch nicht teilweise so gepennt hätte, wäre das Spiel, glaube ich, auch nicht so ausgegangen. Von daher, ja, glaube ich schon, dass da 3 Punkte drin sind gegen die TSG und dass man die halt dann eben auch ein Stück weit ziehen muss. Damit hätten wir 34 Punkte nach dem 26. Spieltag. Ich glaube sogar, dass das in dieser Saison reichen würde, um drinnen zu bleiben. Ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, so 34 Punkte, das könnte auf jeden Fall dieses Jahr reichen. Damit wäre ich sehr, sehr zufrieden. Und dann geht es eben wirklich darum, einfach ein, zwei Plätze noch auszubauen für die TV-Gelder in der restlichen Saison. Und ja, das wäre so mein Wunsch. Hier seht ihr auf der Rechtsseite jetzt auch noch mal die komplette Tabelle. Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, eure Tipps reinschreiben. Ich bin sehr gespannt, wie ihr tippen würdet. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Winiko. Und ciao, ciao.